bei mir ist einer ich muss hatte hatte fertig st schatz das ist denn auch schon schutzkunden nein alter ist Niemand packt hier mal einen Freund an, Alter. Ich habe schon mal sowas. Wie kommst du denn jetzt so schnell hier? Ja, guck mal. Ich bin schon mal gelandet. Ich bin schon mal egal, Programm. Muss los. Ja? Nee, nee, warte mal, warte mal, was? Entschuldigung? Können wir das nochmal zurückspulen? Ich meine, da kann doch jetzt nicht sein, Alter. Ich will eine Revan schon jetzt fick ich ganz tiltet, Alter. Ich gehe jetzt mit zwei Kills austiltet raus, Passup. Zwei Kills erstmal springst du weg, dann. Auf Ansorge, oder? Reklamo, ja, moin. Ich dachte nur, Schatz, du willst zwei Kills machen. Scheiß auf das Lama hier. Nein, Lamas sind wichtig. Und ich springe auf all viele hin, Alter. Boah, nee, Alter, da oben ist eine Rolle. Da lockt die hoch. Sag mal, wenn die kommen, ich löse die volle aus. Mach. Alter, warte. Ja, jetzt. Und jetzt. Ich drück alle mit, genau. Komm mit mir, komm mit mir. verfolgen die uns ja dies bei dir dies bei dir ja ich bin ja voll ins gesicht geflogen ja moin man kennt ihn guck mal schatz farbbomberin mensch ich habe so stirbst darum muss los kommen wir hin weil ich komme ich war voll tief kommen ja dann kommen doch auch ja soll so verraten also kommt jemand mit dem besuch er kommt kommt hier in der kommen ist der los mit dem bruder muss los 90 kommen wir hochkommen auf die treppe schatz schatz kommen wir um auf die treppe ja junge ist der lebensmüde was 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 hab doch du siehst einfach wie diese die rakete auf mich zu geflogen kommt in meine fresse junge ich hing fest am treppengelände alter weil du so fett bist verdammte scheiße